Mein Ziel ist es mal, die wichtigsten Formeln der Mechanik der 10. Klasse hier auf ein Blatt zu schreiben, um ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, damit keiner Angst haben muss vor der Schulaufgabe. Was passieren kann, ist Bewegung. Das heißt Bewegung. Ein Ball, ein Auto, ein Pfeil, irgendwas bewegt sich. Und wenn sich was bewegt, gibt es einfach zwei Möglichkeiten, üblicherweise, nämlich V ist konstant und A ist konstant. A ist die Beschleunigung. Und wenn die Geschwindigkeit V konstant ist, habe ich die Formel V ist S durch T, die einfachste und erste Formel der Physik. So, da bin ich. Bei A ist konstant, habe ich grundsätzlich A ist Delta V durch Delta T, also Änderung der Geschwindigkeit durch die Änderung der Zeit. Außerdem habe ich dann noch zwei. Hier, also ich habe V zurück, V Quadrat gleich 2 A S und S ist ein Halb At Quadrat. Gut. So, das mache ich mit der Hand. Mit den drei Formeln lässt sich alles machen. Man darf die nur eben nicht vermixten. Also entweder V konstant oder A konstant, nicht beide Formeln auf das gleiche Auto anwenden. Und manchmal gibt es den Sonderfall, das gehört eigentlich hier dazu, das ist der freie Fall. Das bedeutet einfach nur A ist, die Beschleunigung A ist G ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Im freien Fall ist ein Sonderfall der konstant beschleunigten Bewegung. Der Ball fällt eben in 9,81 Meter. Meistens gibt es keinen Luftwiderstand. Dann habe ich eben V Quadrat ist 2 mal G und statt dem Weg nimmt man meistens die Höhe H oder H gleich 1,5 mal G mal T Quadrat. Aber eigentlich sind es ja die gleichen Formen. Nicht so wirklich was Neues. Wenn man aber liest, freier Fall, geht man in diese Richtung. So ein großes anderes Thema sind Kräfte. Und die wichtigste Kraftformel ist der 2. Newton. F gleich M mal A. Die Kraft ist die Masse mal Beschleunigung. Das geht immer, wenn sich irgendwas beschleunigt. Da ist jetzt so ein Sonderfall, also ein bisschen größer hier, ein Sonderfall ist der F ist M mal G, also die Gewichtskraft. Fg gleich M mal G. Also die Beschleunigung ist eben hier das 9,81. Wir haben jetzt noch nicht die Fg gleich G M durch R Quadrat gemacht, gilt im Weltraum bei uns. Nächsten Schulaufgabe habe ich auch keine Feder. F Feder gleich 2D mal S. Das machen wir alles nicht. Aber was haben wir noch? Wir haben die Rotation. Fz-Rotation ist M V Quadrat durch R oder M Omega Quadrat mal R. Und dieses V ist eine Bahngeschwindigkeit. Also V ist ja immer S durch T und weil es im Kreis läuft 2Pi R durch T. Und dieses Omega ist 2Pi durch T, nennt man die Winkelgeschwindigkeit. Ja, jetzt rotiert es. Reibung gibt es noch. Allgemein F-Reibung ist Reibungskoeffizient mal Normalkraft. Aber nicht am Montag in der nächsten Schulaufgabe. Wir haben aber die Reibung in der Luft gemacht. Luft. So, die Reibung in der Luft. Da wäre kein Platz mehr. Jetzt muss ich zugeben, dass es doch... Ja, sie ist gleich. Ja, es ist nicht so, dass es wenig Formeln wären. So, Lufttreibung. 1,5 mal die Querschnittsfläche, das Auto von vorne oder ein Ball von vorne, mal CW, ein Wert, der meistens für die Form angegeben ist. Rho Luft, wenn ich in der Luft bin und dann mal V Quadrat. Also, Rho ist die Dichte der Luft. Also, ich habe hier die Querschnittsfläche von vorne, den Formfaktor Dichte der Luft, Geschwindigkeit zum Quadrat. Und das wären jetzt hier die Formeln. Genau. Und der nächste Punkt sind dann die Energien. So. Also, Kräfte haben wir. Jetzt kommt Energie. Da gibt es zum Beispiel die Bewegungsenergie. Ja, W-Kin. Gleich 1,5 mv Quadrat. Und jetzt ist es wichtig, dass man hier einen Trennstrich zieht. Man kann, also sehr häufig hat man den Job, dass man zum Beispiel die Gewichtskraft gleich der Zentrifugalkraft setzt. Kraft gleich Kraft. Kann ganz gut klappen. Sollte irgendjemand versuchen, die Gewichtskraft gleich der Energie zu setzen, geht es schief. Also, immer Kraft gleich Kraft und hoffen, dass was Sinnvolles rauskommt. Oder eben Energie gleich einer anderen Energie und hoffen, dass was Sinnvolles rauskommt. Und die andere Energie ist zum Beispiel die Höhenenergie. Da habe ich jetzt W ist m mal g mal h. Also, wenn einer vom 10-Meter-Brett springt, das ist die Höhe, dann setzt man die beiden Energien gleich. Die Masse kürzt sich und man bekommt die Geschwindigkeit. Was wir nicht hatten, ist die W-Spann. Man muss wieder mit W. So, da ist immer das weg. W-Spann gleich 1,5 ds². Nicht am Montag. Kommt nicht alles dran. Wichtig ist die Kreisbewegung. Kreisbewegung. Bei der Kreisbewegung gibt es eben die Frequenz. Frequenz ist 1 durch die Zeit t und t ist die Dauer einer Schwingung. Omega ist 2Pi durch T, das ist diese Winkelgeschwindigkeit. Und eben Fz, das steht schon da. Mv² durch R oder M Omega² mal R. Mehr fällt mir nicht ein. Kreisbewegung. Der waagerechte Wurf ist so ein Sonderfall. Da habe ich noch Platz. Oh, hier ist schon viel Platz. So. Hier. Waagerechter Wurf. Da gibt es eine fertige Formel. Nämlich Y ist minus G durch 2 V 0 Quadrat mal X Quadrat. Und in die Y-Richtung, also Y-Richtung, haben wir den freien Fall. Und X-Richtung, da haben wir V konstant. V ist konstant. V ist in diesem Fall ohne Lufttreibung. V ist gleich von 0. Und jetzt nochmal, ja, der Überblick. Wenn ich hier, wenn ich in diesem, ich bin bei den Bewegungen und bin bei A konstant, also in diesem Bereich, dann wird manchmal in der Aufgabe auch FSM mal A verlangt. Also deswegen möchte ich dieses FSM mal A auch noch hier hinschreiben. Also wenn beide Bewegungen Kräfte vorkommen. Und, ja, also Bewegungen gibt es, Kräfte gibt es, Energien gibt es, Kreisbewegung, Waagerechter Wurf. Ja, damit habt ihr alles im Griff.